So, wo kriege ich jetzt ein Bier? Hm, ich glaube, ich weiß. Jetzt hat der zu, zieh fix. Hallo, ist der Eppel. Gang zu. Gang. Ging, gling, 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 gling. Der Fix, jetzt ist der Outwein wieder da. Was mach ich jetzt? Kriege ich jetzt mein Bierchen? Ich mach mich! Da, Hände! Da! Halt! Hey! Hey! Du! Staubleibe! 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 Stopp! Stopp! Hey, Karli, ich tauchen, du ist das jetzt. Hmm, hmm, klingt gut. Na, so, jetzt. Da kriegst du einen Hut. Den Drachen brauchst du auch, weißt du. Hust, hämmert und zieh. Prost! Hey! Wir stossen viel zu wenig an. Na, kommst, seid mal. Bier kriegst nun, jetzt zu mit dir. Bezirksmusikfest der Kirchdorfer Musikanten vom 30. Mai bis 3. Juni. Mittwoch, den 30. Mai, Muckersäck. Donnerstag, den 31. Mai, Böllerschützen, Blasmusik und Sternen. Freitag, den 1. Juni, Allgäu Power. Am Samstag, den 2. Juni, Unterhaltung pur mit den Lederrebellen. Und am Sonntag, den 3. Juni, Tag der Blasmusik mit Festumzug und Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse. Das Bezirksmusikfest in Kirchdorf.